Was macht eigentlich die ganze Zeit nur andere Quallen und was war noch irgendwie? Der wirbel so ein bisschen rum. Irgendwas war mit den Käfigen. Irgendwas macht er mit den Käfigen noch. Da muss man zu den Käfigen schwimmen und irgendwas... Achso, genau. Die laden sich irgendwie auf und wenn man ihn zu diesen Käfigen zieht, die aufgeladen sind, dann kriegt er nochmal einen Debuff oder irgendwie sowas. Also das ist irgendwie von Vorteil. Den Leuchten in Käfigen zu ziehen. Na gucken wir mal. War aber nicht so kompliziert, glaube ich. Nö, der ging eigentlich. Fand ich nicht so dolle. Ja, dann go. Okay, töten. Links leuchtet einer. Einer wird nichts machen. Ne, wir mussten im Grunde nur... Müssen alle dahin, damit der Boss dahin kommt und dann einmal gegen den Käfig titscht. Wir müssen wissen, was es macht eigentlich. Ach, es nimmt auch die Diva von ihm. Der frisst mich. Ich nimm's. Dann zurück, da, da, bei dem, hinter ihm, hinter ihm. Und damit, dass er sich gar nicht zu zweit ist. Wir müssen uns ja nicht unternehmen. Ja. Wir müssen uns das hin. Dann bin ich überklärt. Ich trage einen Ansatz auf. Ich bin mir einfach. Ich bin jetzt vielleicht schon mal raus. Hier sind... Ich bin auf. Da. Wer sind jetzt. Das war, hier. Ich bin ein bisschen. Ich bin jetzt. Ich bin hier. Auch hier sind. Ich bin hier. Wir kommen direkt weiter, kommt direkt hier hin. Das war's für heute. 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 Die Käfiger haben mir jetzt noch nicht so richtig gesagt was sie können, aber... Irgendwie stirbt er auch so. Oh, ein gelben Dreizack ey. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.